Hallo zusammen, hier wieder der Gotti von P4P und heute geht es mal an ein Thema, das habe ich schon einmal in einem alten Video erwähnt. Hier geht es darum, dass er jetzt sagt, dass er bei diesem haufenweise Steroide, wahrscheinlich ungefähr so viel Steroide wie ein Markus Rühl nimmt, nur dass Markus Rühl ein bisschen anders aussieht, dass er damit, und das drei Jahre durchgängig genommen zu haben, doch nur so aussieht. Und er sagt jetzt, tja, da habe ich mich wohl scheiße ernährt. Was ich hier gerade sehe, das, was du in den drei Jahren aufgebaut hast, und jetzt sind wir beim Klartext, das hättest du auch mit der Hälfte des Stoffes hinbekommen, wenn die Ernährung eben geklappt hätte. Und da sieht man wieder, wie wichtig eben die Ernährung ist. Da kam es schon mal drin vor, jetzt möchte ich es allerdings mal ein bisschen vertiefen und es gilt auch gleichzeitig, dies wieder als Beispiel zu sehen für die ganzen Fitness-YouTube-Gurus da draußen. Und es ist wieder an euch adressiert, die ihr so hellhörig auf alles hört, was bei YouTube nun mal von sich gegeben wird. Ob es nun selbsternannte Fitness-Gurus sind, Ärzte, Ernährungsberatungen und so weiter. Abnehmen in zehn Tagen leicht gemacht und wie sollte man trainieren und ich kann euch einen Trainingsplan geben und verkaufen, findet ihr in den Downloads unten ganz umsonst und so weiter. Ihr kennt all diese Maschen. Jetzt geht es gar nicht darum, dass ihr euch einwickeln lässt, weil dazwischen sind ja auch Leute, die geben euch Qualität mit. Und nur weil es sich dann gleich anhört, dürfen wir es nicht gleich verurteilen. Aber es gibt auch eine ganze Menge Scharlatane da draußen. Hier geht es jetzt weniger darum, die zu entlarven oder dergleichen. Es soll wie immer zum Denken anreden und ich möchte nicht pauschalisieren. Die meisten da draußen, von denen ich sagen würde, sie dürften eigentlich sich nicht selbst Trainer nennen, Fitness-Trainer nennen bei YouTube und so weiter, würde ich trotzdem nicht jegliche Ahnung von dem Sport aberkennen. Letzten Endes haben die Leute vor allem durch eine gewisse Erfahrung, die nun mal Ahnung macht, eine gewisse Ahnung aufgebaut. Wenn sie jetzt drei Jahre trainieren, vier Jahre trainieren und fünf Jahre trainieren, so in unserem Beispiel Jill von Road to Glory. Das große, 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 große Eigentor, wie ich es sehe, hat er sich in den letzten 12, 13 Monaten geschossen. Damals hat er nach der FIBO 2018 eine sehr ehrliche Reihe eingeleitet und über seinen Steroid-Konsum gesprochen. Immer offener. Das ist auch Trend bei YouTube und YouTube Fitness aus den Staaten, aber auch hier, dass man immer offener darüber spricht. Er hat das auch gemacht und ich will jetzt weniger darauf eingehen, ist es wahr und inwiefern ist das nur wieder um die Glickzahlen zu steigern und so weiter. Es geht hier um ganz andere Dinge. Die Kurzgeschichte ist, er hat ein Jahr lang dann keinen Stoff genommen und zur nächsten FIBO seinen neuen Körper präsentiert. Allerdings muskulöser, vielleicht nicht muskulöser, aber in einer besseren Form. Sowohl seine Coaches als auch da draußen sagten alle, okay, es sieht jetzt besser aus und er ist immer noch ein ziemlicher Brocken und vom Gewicht ist es jetzt nicht so viel weniger. Und dann fragt man sich natürlich, A, wie hat er das geschafft? Aber genau diese Frage will er natürlich erzielen bzw. könnte man erzielen wollen, wenn man das als Marketingstrategie sieht. Auch hier, ich will ihm wieder nicht irgendetwas in den Mund legen. Es kann sein, dass er die Person ist, die das alles nur ernst meint. Trotzdem rede ich jetzt aus der Sicht eines Rezipienten, der quasi das Ganze jetzt von außen aufnimmt. Was könnte das also bedeuten? Wenn jemand, also ohne Stoff und wir reden hier von jemandem, um das nochmal klarzustellen, der vorher nicht einfach mal eine kleine Kur gemacht hat oder so. Er hat sich über einen Zeitraum von, soweit ich weiß, drei Jahren ziemlich zugeballert und ist damit ja auch offen umgegangen. Hat immer wieder gesagt, dass er ziemlich krass Stoff konsumiert hat. Besonders in diesem Video hier sieht man es ganz besonders, dass er, ja, klar macht, ich habe viel konsumiert und ich habe krasse Kuren konsumiert. Fakt ist, ich habe meinen Stoffplan eben gerade ausgepackt und alle drei haben die Hände über den Kopf zusammengeschaltet. Aber wir haben heute festgestellt, dass was manche da machen, das ist knapp vom Selbstmord. Jetzt setzt er das Ganze ab und es ist nicht nur so, dass er nicht zusammenschrumpft und auf einmal nicht mehr wiederzuerkennen ist und nie wieder an die gerippten Zeiten rankommt. Nein, seine Form verbessert sich zur nächsten FIBO. Mit dabei von Stunde 1 neue Coaches. Ja, das macht einen natürlich misstrauisch. Also auch da, ich kann nicht sagen, dass es da eindeutig Betrug, aber es macht auch misstrauisch das Ganze. Und was bleibt uns jetzt übrig von außen? Zu denken, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, das Ganze ist Betrug. Er hat anderen Stoffen genommen, hat nie damit aufgehört, fälscht das Ganze, macht das Ganze natürlich auch aus Marketinggründen, kriegt dadurch mehr Klicks und so weiter. Aber ist im Prinzip auch alles wieder nur Illusion. Kann sein. Möchte ich aber auch hier gar nicht näher drauf eingehen, denn ich möchte ihm jetzt einfach mal aus Prinzip, weil wir uns um etwas ganz anderes kümmern, dem Glauben schenken. Also gehen wir davon aus, er betrübt nicht. Und es ist alles wahr. Was hat das dann für Konsequenzen? Klar, jetzt will er damit klar machen, hey, jetzt ist alles anders, ich habe neue Coaches und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich, vielleicht mündet es wieder darin, Trainingspläne bekommen jetzt von den neuen Coaches. Denn wenn ich sowas natural erreiche, auch das wieder in Anführungsstrichen zu sehen, dann ist das ja eine krasse Leistung. Das gibt es hier sonst nirgendwo auf YouTube. Tja, zum einen gehen wir mal zu den Anführungsstrichen. Viele schreiben es auch in den Kommentaren. Wenn man sich die Kommentare darunter durchliest, dann ist gefühlt jeder Fünfte der Hinweis darauf, dass man nie wieder behaupten kann, man wäre natural, wenn man drei Jahre lang gestopft hat. Und dann auch noch in diesem Ausmaße. Es gibt einen Muscle Memory Effekt und man wird grundsätzlich immer davon profitieren. Natürlich verliert man auch einiges und es gibt einen Bumerang Effekt, allerdings bleibt man immer ein Koloss. Das sieht man auch an den Ex-Olympia Kandidaten, die nun mal über 10, 15, 20, 25 Jahre gestopft haben. Die müssen in Zukunft nur eine Handel angucken und dann wachsen da schon Muskeln und deren Vaskularität, die dicken Adern oder sonst was, die werden nie wieder ganz verschwinden. Das sind immer noch ziemliche Brocken, auch wenn sie dann gerade am unteren Limit sind. Abgesehen davon ist es aber ansonsten ein ziemliches Eigentum. Man muss sich jetzt mal vorstellen, dass der Junge über Jahre eine Expertise auf YouTube aufgebaut hat. Er hat Trainingspläne verkauft, er hat sein Wissen weitergegeben. In jedem Video hat er gesagt, wie man trainiert, wie man an Maschinen trainiert, wie er trainiert, über Trainingspläne gesprochen, über Proteinkonsum, wie das alle Fitness-YouTuber da draußen machen. Und jetzt erfahren wir, dass er, wenn das eben stimmt, das nehmen wir ja jetzt mal an, drei Jahre lang auf heftigstem Stoff es geschafft hat, nicht mal ansatzweise diesen Stoff wirklich zu nutzen. Das heißt, seine Kompetenzen, seine Expertise und das, was er gemacht hat im Training, in der Ernährung, in der Supplementierung, muss so verflucht schlecht gewesen sein, dass er es nicht geschafft hat, ohne eine Expertenhilfe, die er ja jetzt hat, das zu erreichen mit ganz viel Stoff, was man natural auch erreichen kann. Das ist das, was jetzt irgendwie als Message liegen bleibt. Er selbst geht jetzt ganz, ganz, ganz weit damit nach vorne, dass er das Ganze jetzt eben natural geschafft hat, das zu halten. Und das ist so das neue Ding dann eben, seine Form sogar verbessert. Aber im Prinzip müsste uns das doch jetzt eine Riesenlehre sein da draußen. Wenn jemand, und wir setzen hier eins voraus, ja, also es ist nicht die Message, seht ihr, Stoff wirkt gar nicht, das ist nur Humbo. Und das ist, das ist totaler Blödsinn, das ist auch erwiesener Blödsinn. Ich glaube, keinen gibt es mehr da draußen, der nicht an Stoff glaubt. Da gibt es auch nichts zu glauben, das ist einfach ein medizinischer Fakt. Wenn du das Zeug in dir reinballerst, dann hat das diesen Nebeneffekt, das ist eigentlich nur ein Ebeneffekt, dass du Muskeln im Schlaf aufbaust, wortwörtlich natürlich. Du setzt einen Trainingsreiz und explodierst. Das passiert. Das passiert nicht bei jedem gleichermaßen. Es gibt nicht so viele Ronny Connens und Markus Rühler auf der Welt, obwohl die alle Stoff nehmen, eine ganze Menge. Aber jeder, jeder wird überdurchschnittlich mutieren. Ja, und das ist eine Voraussetzung. Also darüber wird gar nicht diskutiert. Das heißt, wenn das jetzt passiert, aber er hat keine Benefits daraus gezogen, weil er jetzt verkauft, hey, natural geht es ja auch und dann sehe ich sogar besser aus, dann kann das nur heißen, dass er so krass unterdurchschnittlich Ahnung hatte. Jetzt kann er natürlich sagen, ich habe aus all dem gelernt, jetzt habe ich ja den neuen Coach und jetzt ist wieder alles anders. Aber zum einen ist es so ein bisschen so, wer einmal so eine angekratzte Expertise hat, ich persönlich würde dem nicht mehr so gerne glauben. Zum anderen wirft das doch auch so ein wenig eine Schattenseite auf und gibt uns eine Lehre mit auf die ganze Fitness, YouTube und selbsternannte Personal Trainer Gestaltung. Wenn jetzt jemand jahrelang damit durchkam und herrste Titel hatte, wie macht man die Übung, wie macht man das richtig und so weiter. Aber wo wir jetzt erfahren, der hat sogar eine so katastrophale Expertise, dass er unter dem heftigsten Stoff nicht das gleiche schafft wie jemand natural. Was heißt das jetzt für uns? Haben wir daraus gelernt? Wollen die Leute jetzt keinen Trainingsplan mehr von ihm? Was lernen wir in Zukunft daraus und was heißt das auch für unser Bild von all den anderen Fitness-YouTubern daraus und allen, die irgendwas veröffentlichen und euch sagen, so macht man Banddrücken übrigens richtig. Ab wann glaubt jemand und wann nicht? Können wir immer nur in der Retrospektive quasi drauf schauen und sagen, ah gut, jetzt weiß ich ja, der hat da Mist gelabert, deswegen darf ich nicht mehr drauf hören. Also für mich klingt das so nach einem großen Eigentor, ich hätte es nie gemacht, weil diese Message übrig bleibt. Er kann natürlich immer sagen, es ist so. Ich freue mich natürlich selbst darüber irgendwo, dass das so passiert ist. Ich habe selbst damit nicht gerechnet, aber es geht hier gar nicht um eine Anklage von ihm, sondern es kann ja auch sein, dass das jetzt ein blöder Nebeneffekt ist, aber es wirft zumindest dieses Licht auf seine Expertise, die er vorher drei Jahre lang mindestens bei YouTube hatte. Und die gibt einen zum Denken natürlich für andere Sachen und ich muss auch sagen, ja, natürlich auch bei ihm. Wenn er so furchtbar schlecht war von der Ernährung, dass er es nicht einmal schafft, mit Stoff das zu erreichen, was man natural auch sonst erreicht oder ansatzweise, dass, wenn er jetzt einen Coach hat, hey, warum überhaupt noch auf ihn hören, auf seine alten Videos hören? Eigentlich müsste er konsequent sein, alles, alles aus dem Netz nehmen, was er jemals empfohlen hat. Nun ja, ich hoffe, dieser kleine Meinungsbeitrag gibt euch mal ein wenig zu denken, zu überdenken, wenn es grundsätzlich um Social Media und Fitness und Fitness YouTube geht. Wenn euch so kurzen Statements gefallen, dann lasst es mich wissen, wie immer, genau, der. Abonnieren und so weiter und dann gibt es auch noch ein paar andere davon. Vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Euer Gott. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.